Genau, jetzt gibt es hier Special Operations, um die Reaper überhaupt zu lokalisieren, um die Skirmisher zu lokalisieren, um die Reaper zu lokalisieren, um hier bei den Templern mitzumachen und das habe ich noch nicht, ich kann auch keinen neuen Templer bekommen. Hier bräuchte ich einen Sergeant, das geht also auch nicht. Ich könnte aber natürlich, hier bräuchte ich auch einen Sergeant und hier, die Reaper kann ich einfach so kontaktieren, kann ich aber irgendeinen Soldaten hinschicken, der nicht müde ist, der verfügbar ist, deswegen würde ich wahrscheinlich mal einen hinschicken, den ich noch nicht kenne, den ich nehme ich dann nämlich mit, so, und ich könnte ihm einen Soldaten nur noch zur Seite stellen, der dann bessere Dodge-Fähigkeiten bekommt. Das wäre auf meinen Nahkampfern ganz gut, aber die sind leider verwundet beide. Ich könnte dir jetzt besseren Dodge geben, denn so, wenn du dann nur leider so Dingens wirst, dann wird das doof, also ich könnte dich hiermit hinschicken und dann kriegst du bessere Ausweichfähigkeiten, dauerhaft tatsächlich. Deswegen würde ich das einfach mal machen, das dauert auch noch ein paar Tage. Reward Faction Hero, dann kriegen wir nämlich die nächste Fraktion. So, und die Dinger müssen wir hier, ah ne, ne, das wollte ich nicht, erstmal noch den Kontakt hier eigentlich fertig machen und dann holen wir die Sachen ab, die wir jetzt sozusagen geniessert bekommen haben. Resistance Ring, jetzt haben wir hier das Gebäude gebaut, um mit der Resistance zu reden. Ähm, wenn ich jetzt einen Engineer hier reinsetze, kann ich was machen, also kann ich, kann ich, oder kann ich hier diese Operations machen, was bringt mir der Engineer hier drinne? Ah, wenn ich den hier reinsetze, habe ich weniger Zeit, die das braucht, ich muss aber leider hier solche Sachen noch ausbauen, dafür brauche ich meinen einzigen Ingenieur, den ich habe. So, wir haben Kontakt gemacht, wir haben Kontakte hergestellt, mit einem weiteren Außenposten in Nordafrika. So, Investigate Advent Blackside, das ist wohl eines der nächsten Sachen. Wir haben jetzt neue Optionen, Supply Drop Away Level, genau, den brauchen wir nur noch. Äh, hier, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Um unsere Supply's wiederzubekommen. Und damit die Blackside. Und damit zwei Targets. Wir können hier die Barrier verhindern. Die Operation will put us right in the middle of chosen territory, Commander. Da kriegen wir einen Scientist, oder... Wir kriegen Supply's und können verhindern, dass wir gejagt werden von einem UFO. Wow. Ja, das ist die Frage, ich weiß nicht, was davon wichtiger ist, tatsächlich, weil ich nicht weiß, wie hart das UFO sich auswirkt. Ich glaube, ich würde eher das hier versuchen, tatsächlich. Damit die Gegner nicht noch härter werden. Soll ich mal gucken, wie es überhaupt läuft mit meinen, welche Soldaten bei mir verfügbar sind. Okay. Rikos wieder da, Sniper, Supporter, Melee-Kämpfer. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, ich will nur noch einen was machen. Äh, Engineering. Just give the word and I'll get started, Commander. Was? Amor. 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 Ich weiß nicht, ob ich eine zweite Flashbang mitnehmen sollte. Mh. Ich baue die trotzdem an. So. Ähm. Ihr Guerrilla Ops. Genau, Barrier wollen wir verhindern. Confirm. So. Jetzt. Du nimmst ne Flashbang mit. Du kriegst die Armor, damit du mehr HP hast. Ich glaube, ich gebe dir sogar zwei Flashbrings, das ist dumm. Ich will eigentlich Flashbrings auf zwei unterschiedlichen Charakteren haben. Dann musst du die Flashbring kriegen. Und du kriegst die Armor. Ich will nicht, dass wieder hier mind-controlled wird, dann kann ich das nicht durch die Flashbring canceln. Die Flashbring hilft dagegen nicht richtig gut, wie gesagt. So. Auf geht's. Ein Snapper einfach mitzunehmen ist immer ein bisschen hart, aber sobald er Level 3 oder 4 erreicht hat, ist das als absolut wert gewesen. So, beginn Mission. Mission. Wir können Mission mal beginnen. Ups, ich habe gerade rausgetappt, sorry. Ich habe gerade rausgetappt, entschuldigt bitte. Ich hoffe, das Spielstützer findet dadurch nicht ab. Das wäre schade. So. ...data tap along the advent network in this area. And the data they retrieving is critical to the aliens latest operation. Recon suggest that the aliens are already able to destroy a device. That data is too valuable to lose. So we're moving in to secure the area. Hätten die mich nicht direkt dahin packen können? We got a last minute tip, that advent has additional materials stashed somewhere in the AO, but we don't have an exact position. The clock is ticking, but we should still try to recover that gear if possible. Ich gehe mal mit dir scouten. Verstanden. Rück aus. Mal zu gucken, ob hier irgendwo was ist. Ich muss halt da hin, ne? Also ich muss das tot halt verteidigen. Ich will oder nicht. Hier patrouillieren Feinde. Bisher wurde ich halt nicht gesehen. Guck mal. Ich kann hier noch safe hoch. Das ist richtig gut für den Sniper. Deswegen habe ich den mal vorher dahin geschickt. Ich könnte hier sogar hinten rum kommen. Ich denke, ich weck dich einfach hin. Und will ich jetzt hier hinten rum sprinten? Dann gehe ich erstmal bis dahin, glaube ich, damit die Sichtweite passt. Ich setze, dass ich hier in jemanden reinlaufe. Ähm. Tja. Muss eigentlich schon da hingehen wollen. Wenn ich jetzt sozusagen von der Seite flankiert. Wann mit ihr denn hin? Ihr schießt schon auf die? Hm. Das ist natürlich doof. So haben wir aber nicht gewettet. Hm. Ich kenne es direkt durch. Renten. Ein Stunlancer. Es ist eine Chance zu stunn oder deterren zu target. Triggers momentum und generiert. Fünf bis sechs habe ich nur. Was ist das denn hier? Teamwork. Action Point to a Bond Male. Heißt das Ding. Achso, genau. Fünf bis sechs. Acht bis neun habe ich hier halt. Kann ich hier, glaube ich, noch eins vorgehen. Bestätigt. Überwachung läuft. Er hat jetzt auch hier Longwatch. Ete Feuerschutz. Ist also eigentlich perfekt für den Hinterhalt, den ich machen würde. Bewege mich zum Ziel. Feuerschutz. So. Jetzt ranten wir da rein. Ich hoffe, dass wir den hier direkt umholzen. Feuerschutz die Macht der Templars! Die Invaders haben uns gefunden. Sehr schön. Direkt den umgerotzt. Und jetzt Parry. Ach, kommt schon. Drei Leute, die daneben schießen. Oh, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Das muss besser werden, ja? Das muss dringend besser werden. Das kann nicht sein, dass ihr hier alle vorbeiknallt. Drücke aus! Ach, Mann. Jetzt muss ich den hier halt... Die Welt muss den hier nachziehen jetzt. Uff. Der ist natürlich ein ganzes Stück. Und den setzen wir hier in uns mit Overwatch. Aber nur falls es jemand nämlich reinrennt. Oh. Der Objektiv ist weg. Ja, guten Tag. Wie geht's ihn denn? Wie geht's ihn denn? Ich glaube, es sind viele da. Ähm. Excuse me, Mister. Ich geh wieder hier hin. Ich glaube, es schießt nämlich nur einer drauf und nicht alle. Außer wenn das Ding eine tonnenweise leben. Okay, wenn ich hier jetzt ranne und kam, ist alles safe. Ihr könnt ja auch einfach mal aufhören, um euch Mind Control zu lassen. Wie wär das? Oh, wir greifen doch mehrere gleiche Dinge an. Interessant. Ah, verschwinde aus meinem Kopf. Neun bis zehn. Das läuft doch. Zuguck. Ah, da kann man direkt das Item einsetzen, was er außerdem fallen gelassen hat. Sehr gut. Er minimiere ihn vor. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Kann der auf irgendwas schießen? Ne. Ist nicht doof. Heißt, ich müsste ihn hier hinsetzen, damit er nicht schießen kann. Damit er gerade durchschießen kann. Oh ja, mit Glück, komm mal hier hin. Das sind drei Gegner. Uff. Wird dann doch mich irgendwie in Sicherheit begeben wollen. Wird einfach wieder, glaube ich, hier hin. Mir entgeht nichts. Wird er jetzt doch zu mir kommen oder schießen die einfach wieder drauf? Und dann verbraucht er doch welche. Oder Varianten da. Das ist ja stumpf. Ah, der kommt vor. Der Commander. Ach nee, der geht bloß ein Stück und schießt dann auch. Okay. Okay, du gehst da hoch. Interessant. Ist der Commander, dass der da steht, dass der da oben steht. Fünf bis sieben. Versuchen wir's doch mal. Sehr schön. Commander ist down. Feind ausgeschaltet. Vier bis sechs. So sechs wäre also das wirklich ideal, was ich jetzt hier hab. Oh, nice. Feind eliminiert. Hat der gute Mann Xili sich verdient. Dem da oben machen wir jetzt platt. Ja, ich kann weit sprinten und immer noch Leute kaputt hauen. Zeig. Overwatch removed. Für den Fall, dass du auf die dumme Idee kommst, mich anzugreifen. Parry. Dann kann ich nicht mit dort stehen bleiben. So, und jetzt würde ich mal sagen, ziehen wir hier einfach ein bisschen nach, oder? Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Schieße einfach wirklich wieder da drauf. Der hat nicht so effektive Waffen dagegen, meine Lieben. Falls das nicht aufgefallen ist. Drücke zur Zielkoordinaten vor. So, Rikon. Fünf bis sieben. Triff doch mal bitte. Haben jetzt unser eigenes Gerät bisschen gelöchert, aber... Der ist erledigt. Das ist ja nicht so schlimm. Dann... Die Mission war wieder super. Ohne irgendwelche Verluste oder Verletzungen. Perfekt runtergespielt. Ich würde gerne sagen, die Bürgerinnen von Advent... ... dass unsere Verletzungen auf nichts stoppen werden... ... um weiter Anstrengungen von kriminellen Elementen zu verhindern... ... wie der, der heute heute. Ihr fehlt irgendwie da hinten. Den Templer habt ihr ein bisschen nach hinten geschoben, meine Lieben. So. Denn du bist leider jetzt, wie gesagt, auf einer Mission, auf einer Special Mission direkt. Du hast ihn empfunden, Commander. Ein weiterer heroische Effekt in der Führung. Die hat ein Upgrade bekommen. Most Cohesion. Ja, ihr seid ja auch schon... ... gebondet. Ach stimmt, du hast es aber nicht bekommen. Du bist auf einer Special Mission tatsächlich. Ähm, du kriegst das Medical Protocol. Damit kann ich nämlich fernhalten. Ähm, damit du einen besseren Ausweichen lernst. Du bist sozusagen auf einer Geheimmission und du lernst auch... ... und wie du es besser ausweist. Ah, noch mehr. Wissenschafter, sehr schön. Sehr schön. Ähm, sehe ich das irgendwo? Aubory? Ähm, meine Soldier hier, Denzu. Du bist auf einer Covered Operation. Noch vier Tage. Zusammen mit Anna Robertson. Ja, das ist kein benannter Charakter, aber ich... ... hatte keine Möglichkeit, einen sinnvoll benannten Charakter dahin zu schicken. Ja, wir haben noch einen Supply Drop. Hier kriegen wir einen neuen Soldat. Das will ich gar nicht. Äh, wir gehen zum Supply Drop. Weil ich will die 64... ... Dollar oder was das sind... ... noch haben. Credits. So. We've collected everything. Okay. Done. So, Resistance Contacts. Resistance Contacts sind, glaube ich, ziemlich nice. Habe ich hier nochmal Supplies. There is no shame in admitting my admiration for your resolve in the face of insurmountable odds. So, ich würde noch was zum... Uh, incoming Resistance Communication. Hallo, Commander. It would seem your recent activities have gotten Advent's attention. Our unwelcomed guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common. A single word that appears in all their files. Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent. From a source I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. It is time to take a more direct approach. Though we may not know the exact nature of this Avatar project, we can still disrupt it. We must root out these hidden facilities with the help of local resistance cells. Disrupt our enemies' operations and in the process uncover the truth. Locate the source of this Avatar project and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts? I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat commander. We are tracking the aliens' progress on this Avatar project here. If they finish what they have started, the enemy will be the end for all of us. Okay. Zapp, 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 zapp. Zapp, 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 zapp Du suchst gerade nach einer neuen Fraktion, nach einer Special-Fraktion von... Den Such von einem von diesem... Widerstandscampern. Jetzt habe ich's. Honestlich, none of that really bothers me. What I miss the most, is my equipment. I hadn't thought about that. Advent probably had a pretty nice lab setup for you. There was certainly no shortage of resources in their life. Don't worry. I'm sure the commander will find something next for you. Ich glaube, Müde ist auch kacke, wenn man damit geht. 25 Stunden, 8 Tage. Ich denke, ich könnte dann tatsächlich demnächst versuchen, die erste Blackside anzugehen. Damit ich nämlich... Achso, jetzt haben wir erstmal hier Find the Skirmishers, Faction Hero Reward. Und ne Promotion. Ist durch. Du kennst sie, wie sie waren. Die Soldaten des Advent. Jetzt sind sie frei, zu wählen. Wenn du deinen Kurskommanderer bleibst, werden sie mit dir bis zum Ende stehen. Mein Kind waren damals die Puppets des Advent. Schläge für die Verteidigung der Verteidigung. Weak-Points, private Channel. Ja, langsam sind wir frei. Und alle, die ihre Bonds verbrechen, sind gefordert, um die Älteren zu kämpfen, mit einer Rage. Und wir können nicht, wir können uns verletzen. Assign New Covered Operation. Würdest du uns nicht ordnen, Commander? Wir haben alle neue Wände, um die Älteren zu verbrechen, um die Älteren zu verbrechen. Ich glaube, das will ich aber aktuell nicht. Counter Chosen Activity könnte ich auch machen. Hier steht immer dabei, ob die gefangen werden könnten, zum Beispiel. Unchosen Assassin Part 1. Ich kann, wenn ich hier drei davon mache, kann ich auch den Chosen eliminieren dauerhaft. Upgrade. Digital Network One Hand Supply unlocks. An additional slot for X-Com to assign resistance orders. Das ist, glaube ich, ganz gut. Armory. Achso, genau, weil ich jetzt hier neun Soldaten bekommen habe. Und zwar, wo ist er? Erstmal habe ich hier Denzu. Du hast ein Level Up. Promote. Du bist Sniper geworden. Das hilft mir halb. Muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir hier einen. Von denen. Reflex. Was war denn überhaupt seine Fähigkeiten? Arroader. Genau, der kann sich irgendwo hinziehen. Der kann Gegner ranziehen. Der kann sich irgendwo hinziehen. Und beim Schießen endete Türen nicht. At one time I was employed as a biochemist in the pharmacist. String a grenade or using an item on one against her turn. Each turn the first reaction shot against you, Mrs. Das finde ich auch ziemlich wichtig. Damit werde ich später vier Ohren schreben. Die sehr ersten Gene-Therapie-Kliniken. So. Und Anna Robertson lasse ich mal, weil am Ende gebe ich die irgendwie noch. Und dann will ich nicht wissen, was für ne klasse die ist. So. Jetzt würde ich gerne noch die zwei Tage das machen. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Und dann machen wir den. Ich habe halt jetzt schon die Magnetik-Webens. New item available. Ich werde die äußere Forschung machen, so schnell wie möglich. Cal-15-Bull-Pub, MAG-Pistole, Shotgun, Magnetik-Reifle, Modular Assault-Reifle. Commander, wir haben einen ständig Breakthrough gemacht. Wir müssen zu Beginn der Forschung mit Modular Assault-Reifle. Otherwise, die Optionen werden wir verloren. Ich werde aber trotzdem die Optionen jetzt mal losen, weil ich brauche das hier. Weil ich brauche das, um die Story-Belle zu machen. Sonst verliehe ich das Spiel für jeden Fall. Nehme dir die Soldaten. Achso, weil er immer noch eine zum Level-Up ist, deswegen ist er so umrandet. So, jetzt noch schnell das einsacken. 51 Resources, okay. No, no. Und jetzt wollen wir hier mal das angehen. Ah, ich habe allerdings... Ich habe nur... Ich habe nur vier Soldaten. Das ist ein bisschen mein Problem, was ich damit habe. Commander, die Sanktionen haben bereitgestellt für verschiedene kofferte Missionen. Wir müssen nach dem Ring, um unsere nächste Zeit zu planen. Bei Anlage additional skills, benefits of soldiers, including an increased number of soldiers. Das hier brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, da brauche ich... Da kann ich sogar am Rand bauen, weil... Die brauche ich, meiner Meinung nach, nicht... ... zum... ...einen Knö... Also, die brauche ich nicht zum... ... Da brauche ich keine... ... keine... ... ach, verdammt, keine Leute reinsetzen. So rum. Das heißt, aber ich würde gerne noch 14 Tage warten, bevor ich das mache. Dann nehmen wir die Resistance Contacts. Avenger Plotting New Course. Jetzt ist mal ein bisschen langsamer anfangen, leider. Wie viele Leute werden jetzt aber halt hart. Und ich kann noch mal kurz hier ins Engineering gehen. Ähm... Build Items. Auch in Armory. Nee, Armory nicht. Build Items. Weapons. Die habe ich alle nicht zum Bauen. Ranger Upgrade, Templar Upgrade. Die muss halt nur einmal bauen, dann hast du die komplett. 75 Supplies brauche ich dafür. Habe ich gerade kaputt gemacht, derweise. Muss ich warten, bis die nächsten Supplies bekomme. Ah, wir haben das fertig. Sehr schön. So much of my own research based upon this simple design. If only I had known. Ah, Commander. Excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit. Passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however. Ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations. War games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the Gene Therapy Clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only. Captain's or above, retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. What object is added? I have to say the X-Men. The Advent officers have clearly been modified to allow for their support to receive all of them. The Advent officers appear to be similar, if not physically the same as the common Advent trooper in in terms of power and agility. However, field reports indicate a more developed mental acuity, as the officers do provide tactical directives to the subordinate Advent forces. Uuuhhh. Uuuhhh. Uuhhh. Echklaft. The fusion sequence. I must end. Untertitelung des ZDF, 2020